Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir und zwar gibt es jetzt endlich mal wieder eine Wochendekoration. Letzte Woche habe ich ja keine hochgeladen, weil ich zwei, drei andere Videos machen wollte. Das Hobonichi Setup, dann mein Karneval Special und welches habe ich noch? Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls habe ich keine Wochendeko hochgeladen und ich zeige euch aber jetzt noch ganz kurz, welche Wochendeko ich letzte Woche hatte. Und zwar war das das Thema Winterwald. Also ich wollte endlich mal dieses Tape, ich glaube von MT ist es, dieses Winterwaldtape benutzen. Nachdem ich das schon ewig zu Hause habe und ich schon ganz viele Dekorationen damit gesehen hatte, wollte ich das auch endlich mal auch verwenden. Und ja, ich habe dann einfach hier braunes Holzoptik Washi, das habe ich schon ganz lange zu Hause aufgeklebt und eben dieses Winterwald Washi. Die Tierchen sind von der Flow ausgeschnitten, da gab es mal so Geschenkpapier, da habe ich mir auch einen Divider draus gemacht und da waren jetzt noch so Reste übrig, da habe ich diese Tierchen ausgeschnitten. Und dann habe ich hier ein bisschen von dem Gewahl Washi verwendet, ein paar Bäume gestempelt, ein paar Schneeflocken gestempelt, dann hier das Video beziehungsweise YouTube Symbol, ich halte es schief so, gestempelt und ansonsten halt Termine eingetragen, aber ja, die Deko ging eigentlich relativ schnell und unkompliziert, aber sie gefällt mir eigentlich ganz gut so weit. Ich finde, sie ist ganz schön geworden und ja, wie gesagt, ich wollte einfach mal dieses Tape verwenden und Februar kann man ja auch ruhig noch winterlich dekorieren, wobei ich denke, dass es jetzt meine letzte Winterdekoration war, weil mir jetzt einfach irgendwie schon total nach Frühling ist und momentan scheint hier auch die Sonne und ich denke mal, ja, ich denke mal, das war es jetzt mit Winterdekorationen. Und wir starten jetzt in eine neue Woche, die ist noch ganz leer und die dekorieren wir jetzt gemeinsam. Ich hoffe, das Licht ist ausreichend, es sieht irgendwie, es sieht in einem Vorschau-Bild ein bisschen dunkel aus. Vielleicht mal ein bisschen näher. Aber ich hoffe, das Licht ist ausreichend so. Es ist, naja, es scheint zwar die Sonne, aber es ist irgendwie, irgendwie halt einfach, naja, Winter halt. Winterlicht. So, also diese Woche möchte ich natürlich im Zeichen von zwei Ereignissen dekorieren. Zum einen ist immer noch Karneval, also Fasching, bei uns heißt es ja Fasching. Zum anderen ist, ähm, 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 Valentinstag. Und ich möchte, ich zeige euch jetzt mal die Tapes, die ich mir rausgesucht habe. Zum einen dieses Tape hier, ähm, ist irgendwie unscharf, oder? Also dieses Tape von Amy LeStyle. Das finde ich total witzig. Ich versuche mal, das ein bisschen abzurollen, damit ihr es vielleicht besser seht. Das ist so total bunt und ich weiß gar nicht, äh, was das Motto von diesem Tape eigentlich sein soll. Aber, ähm, ich fand es einfach total lustig und habe mir das deswegen bestellt. Also das verwende ich auf alle Fälle, weil für mich das ein bisschen so nach Karneval aussieht. Dann, ähm, ähm, habe ich, weil ich die finde, dass die zu allem immer passen, die zwei von der kunterbunten Holzbude, die schwarzen Herzen und diese unregelmäßigen Punkte. Das finde ich, passt einfach immer dazu. Dann habe ich hier passend nochmal zu Karneval diese drei Konfetti die Tapes. Da werde ich entweder, denke ich mal, das oder das verwenden. Dieses rosa passt vielleicht ganz gut oder vielleicht auch das mit Gold, falls es mit rosa dann doch zu viel wird. Die habe ich übrigens ganz neu. Die habe ich auch noch gar nicht ausgepackt. Und dann habe ich, ähm, weil ja Valentinstag ist auf alle Fälle noch mein, ups, Rankenwashi. Und auch dies mit diesen, mit diesen, ähm, Blumenkreisen. Da gibt es, ähm, auch, glaube ich, eins mit dem Herz. Irgendwo. Oder vielleicht nehme ich auch eins mit das hier vielleicht. Das sieht ganz schön aus. Also, die Woche wird wahrscheinlich ein bisschen kitschig. Ich warne schon mal alle vor. Es ist, glaube ich, echt ein bisschen dunkel, oder? Ich versuche das dann mit dem Bildbearbeitungsprogramm ein bisschen aufzuhellen. Und dann möchte ich noch die, äh, Sticker verwenden, die ich mir bestellt habe. Da habe ich mir Project Life Karten bestellt. Weil ich damit auch, ähm, vielleicht Dashboards machen möchte. Oder, ähm, ja, ich fand die einfach so total schön. Voll mein Geschmack. Und deswegen habe ich mir da ein paar Project Life Karten bestellt und die Sticker. Und die möchte ich auf alle Fälle dann für den Valentinstag verwenden. Und, ähm, ja, wir fangen jetzt mal an mit Montag, Rosenmontag. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020